Kurz gesagt, ich hab SG verloren. Ich war auf YouTube und hab Kommentare durchgelesen. Mir wurde langweilig, ich hab Minecraft gestartet. Ich bin auf den Server gejoint. Ich wurde in die Lobby teleportiert. Ich bin in eine SG-Runde gejoint. Die Runde ist gestartet. Ich hab ne Kiste gefunden. Mir sind Spiele begegnet. Ich hab noch ne Kiste gefunden. Dem Typen, dem ich vorhin begegnet bin, verfolgt mich. Ich hab den Spieler getötet. Ich hab seine Sachen angezogen. Ich bin happy. Ich hab noch ne Kiste gefunden. Aber die war leer. Ich suche Spieler. Ich hab Spiele gefunden. Ich hab noch nen Spieler getötet. Ein anderer Spieler greift mich an. Ich bin tot. Kurz gesagt, ich hab SG verloren.